In diesem Video machen wir eine Theorieprüfung. Wir beginnen mit der Prüfung. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie sollten Sie sich verhalten? Vor dem Radfahrer abbiegen. Falsch! Den Radfahrer durchfahren lassen. Ja. Schulterblick durchführen. Ja. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhelfe die Fahrbahn überqueren? Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren. Ja. Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben. Ja. Dass sie auf der Fahrbahn umkehren. Ja. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Einmündungen von Feldwegen. Ja. An innerstädtischen Kreuzungen. Falsch! An Baustellen. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. Ja. Das Quad fährt plötzlich an. Falsch! Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus. Ja. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen? Ja. Weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. Ja. Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren. Falsch! Ja. Weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann. Ja. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren. Ja. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw. Ja. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. Falsch! Was erwartet Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination? Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 Meter Entfernung beginnt. Ja. Eine Arbeitsstelle, die nach etwa 100 Meter endet. Falsch! Eine Arbeitsstelle, die eine Länge von etwa 100 Meter hat. Falsch! Welche Anzeichen warnen während der Fahrt vor aufkommender Müdigkeit? Schwere Augenlider. Ja. Häufiges Gähnen. Ja. Verkürzte Reaktionszeit. Falsch! Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Weshalb müssen Sie hier warten? Wegen des roten Pkw's. Ja. Wegen der Radfahrerin. Falsch! Wegen des Fußgängers. Falsch! Was kann die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol? Erfrischungsgetränke. Falsch! Medikamente. Ja. Drogen. Ja. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Auf einen Bahnübergang, den ich mit maximal 10 Kilometern pro Stunde überqueren darf. Ja. Auf einen Bahnübergang, den Schienenfahrzeuge nur mit 10 Kilometern pro Stunde befahren dürfen. Falsch! Falsch! Auf einen Bahnübergang, an den ich ab hier mit maximal 10 Kilometern pro Stunde heranfahren darf. Ja. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten. Ja. Der Radfahrer muss warten. Falsch! Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie weiterfahren? Nach links, sobald die Ampel dafür grün zeigt. Falsch! Geradeaus. Ja. Nach rechts. Ja. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Bus durchfahren lassen. Falsch! Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja. Ich fahre vor dem Bus. Ja. Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet? Der gelbe PKW. Ja. Der LKW. Falsch! Der grüne PKW. Falsch! Falsch! Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Was müssen Sie hier beachten? Ich muss bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken. Falsch! Ich muss weiter abbremsen. Ja. Ich muss dem PKW die Vorfahrt gewähren. Ja. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift, bitte folgen. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält. Ja. Ich muss nach dem Anhalten den Motor laufen lassen. Falsch! Ich muss dem Polizeifahrzeug folgen. Ja. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen. Ja. Ich sollte bei längerem Warten den Motor abstellen. Ja. Ich sollte auf Unnützes hin- und herfahren verzichten. Ja. Welche Verbote werden mit diesem Verkehrszeichen aufgehoben? Parkverbote. Falsch! Überholverbote. Ja. Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Warum müssen Sie jetzt anhalten? Wegen. Wegen des Elektrorollers. Ja. Wegen der Fußgänger. Falsch! Wegen der Straßenbahn. Was kann in Kurven zum Schleudern führen? Zu geringe Beladung. Falsch! Defekte Stoßdämpfer. Ja. Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck. Ja. Wir werden den Film starten. Jetzt gehen wir zur Frage. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da der Sicherheitsabstand ausreichend ist. Falsch! Ich verringere meine Geschwindigkeit, damit der Überholende sich vor mir einordnen kann. Ja. Ich beschleunige, damit der Überholende sich hinter mir einordnen kann. Falsch! Falsch! Wir werden den Film starten. Wir werden den Film starten. Wir werden den Film starten. Warum müssen Sie jetzt verzögern? Wegen des Traktors. Falsch! Wegen des Geländewagens. Falsch! Wegen des Motorrads. Ja. Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen? Option 1 Ja. Option 2 Falsch! Option 3 Falsch! Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren? Den mittleren. Ja. Den linken. Falsch. Wodurch wird vermeidbarer Lärm verursacht? Durch Hupen bei Gefahr. Falsch. Durchfahren mit defekter Auspuffanlage. Ja. Durchspielen mit dem Gas im Stand. Ja. Wegen einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug ist eine Begutachtung erfolgt. Wozu sind Sie verpflichtet? Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung mitführen und gegebenenfalls die Zulassungsbescheinigung Teil 1 berichtigen lassen. Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung dem Fahrzeughersteller übersenden. Falsch. Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung an der dafür vorgesehenen Stelle in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 einkleben. Falsch. Sie fahren mit deutlich zu niedrigem Reifenfülldruck im Straßenverkehr. Was ist die Folge? Die Fahrstabilität in Kurven nimmt gefährlich ab. Ja. Der Reifenverschleiß nimmt stark ab. Falsch. Das Lenkverhalten des Fahrzeugs verschlechtert sich erheblich. Ja. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus? Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen. Falsch. Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern. Ja. Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren. Ja. Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören? Benutzung von Kopfhörern. Ja. Zu lautes Auspuffgeräusch. Ja. Zu lautes Radio. Ja. Wir sind mit der Prüfung fertig. Wir beenden die Prüfung und überprüfen das Ergebnis. Wir haben die Prüfung ohne Fehler bestanden. Abonnieren Sie meinen Kanal. wird mit dem Auspuffição geplant. Vielen Dank.